jo moin leute herzlich willkommen zu einem kleinen infovideo auf meinem kanal und zwar startet ja morgen dieses turnier hier ratus 10 turnier und einige informationen habe ich im letzten infovideo ja vermasselt sage ich mal viele haben gefragt was ist das passwort bei der anfrage bei der kleinen anfrage bei der klaren anfrage so ihr könnt gerne jetzt schon den klaren anfragen bis morgen 18 20 seite bitte drin und 18 30 würde es dann losgehen im passwort also in eure kleinen anfrage muss da halt irgendwas stehen dass ihr bei ratus 10 turnier mitmachen wollt zum beispiel würde ausreichen hier ratus 10 turnier schreibt in der kleinen anfrage nur und das würde dann würde dann ausreichen ich zeige euch noch einmal eine bestimmte base denn die qualifikation wird so stattfinden dass ihr diese base angreifen müssen und wie ihr seht verbessert auch nebenbei ein paar gebäude im letzten mal konnte man ja war das auch level 4 oder so oder so gewesen ist aber ist aber jetzt auch nebensache das ist die base die angreifen ist bei der qualifikation keine ahnung wenn es fünf leute oder sechs leute sein werden dann werde ich mal so machen dass jeder diese base einmal angreift ihr könnt schon mal jetzt schon die truppen vorbereiten dass wir direkt los starten können und die besten drei die halt die am erfolgreichsten waren bei dieser base hier ich zeige euch hier man sieht ja außen keine gebäude die besten drei angriffe kommen dann also die die besten drei spieler kommen dann in das halbfinale das auch aufgenommen wird und so weiter halt und der viertplatzierte spielt spielt noch einmal eine qualifikation gegen mich gegen mich halt ich werde natürlich eine andere base dann haben ein ganz normalen duel normalen duellkampf und der sieger von mir und dem vier platzierten ist dann auch noch dabei beim halbfinale denn wir brauchen ja vier leute drei qualifizieren sich direkt in der vierte muss halt noch einmal gegen mich antreten der grund ist ganz einfach ich kann mich selber natürlich schlecht angreifen so ich hoffe ich habe nichts vergessen also kleine anfrage irgendwas mit ratus 10 muss stehen ihr habt auch eine chance also der finale sieger bekommt 15 euro google play google play gut haben oder itunes card itunes würde sofort gehen google play müsste die paar tage wachen war warten oder eine woche aber ich werde mich halt darum kümmern und da würde ich sagen ja bis morgen und es gibt auch an einem kampfenplatz drei ja tschau